Hast du gewusst, dass der Xbox 20th Anniversary Controller diese versteckten Features bzw. Easter Eggs bereithält? Wenn du hierbei das Batterienfach öffnest, wirst du eine Nachricht erhalten, die an alle Gamer gerichtet ist und die ist von niemandem geringeren als dem Xbox-Chef Phil Spencer. Schließt du deinen Controller dann zum allerersten Mal an deiner Xbox an, wirst du automatisch einen neuen Hintergrund erhalten. Dieser wird dir allerdings nicht angekündigt, das heißt du musst in deine Einstellung gehen, auf Hintergrund klicken und dann auf die dynamischen Hintergründe. Und schon hast du diesen coolen und exklusiven 20th Anniversary Hintergrund. Das coolste Easter Egg ist meiner Meinung nach aber definitiv auf der Box selbst, denn wenn du das Ganze unter UV-Licht haltet, erscheint der alte OG Xbox-Controller. Ziemlich cool, oder?